. Herzlich willkommen bei Echt Lecker, Ihrer Kochshow. Ja, jeden Tag ein anderer Gast, jeden Tag ein neues Gericht. Das ist Ihre Kochsendung, die Sie immer hier in Ihrem Kuschelsender sehen. Finde ich ganz besonders schön, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Denn heute wollen wir Ihnen was Deftiges zubereiten. Und zwar habe ich heute Besuch vom historischen Meierhof. Der liegt seit 1900, nee, seit 1153 in Familienbesitz, also schon ganz schön lange Zeit. Und Elisabeth Johann-Liemke hat das aus ihm gemacht, was er heute ist, nämlich ein historischer kulinarischer Wallfahrtsort für leckere, deftige Speisen. Hier ist sie, Elisabeth Johann-Liemke. Hallo Elisabeth, schön, dass du da bist. Hallo Ralf. Herzlich willkommen. Wir wollen heute schön lecker kochen. 1153? Ja. Und so lange ist das in Familienbesitz? Also nachweislich im Familienbesitz. Ja. Und jetzt ist der historische Meierhof. Du hast dort eine kulinarische Einrichtung geschaffen. Mit Hotel, Gaststube, Biergarten. Ursprünglich war es ein Bauernhofcafé. Mittlerweile hat es sich gemausert. Mit Hofladen und allem drumherum. Ja, ganz genau. Werden wir heute im Laufe der Sendung genau kennenlernen. Jetzt steht natürlich am Anfang die Zutaten, die du mitgebracht hast. Aus Ferrel-Kaunitz kommt sie übrigens. Da ist nämlich der historische Meierhof. Ja. Was für Zutaten haben wir dabei? Wir haben einmal einen Schinken braten. Dann für die Suppe. Ist der jetzt schon vorgeräuchert? Ja, der ist also wie ein... Wie so ein roher Schinken vorbereitet. Ja, ja. Und ein bisschen gespritzt wie so ein Kassler. Okay. So, dann haben wir Rote Beete für die Rote-Bete-Suppe. Aha. Dann haben wir Schwarzbrot für die Nachspeise. Das sind die westfälische Quarkspeise mit Pumpernickel. Die westfälische Einflüsse, ja. So, das ist die Dekoration. Dazu muss man wissen, Ferrel liegt ja im Westfalenland... Am Rande des Tortoburger Waldes und am Rande der Senne. Das ist ein schönes Urlaubsgebiet. Ja. Man kann gut Fahrrad fahren. Wir haben gut ausgebaute Fahrradwege. Ja. Schön zu essen. Da haben wir also den Schinken braten, da haben wir die Rote-Bete, da haben wir für das Nachtisch unseren Pumpernickel. Ruhigen wir ruhig raus, was wir noch sagen. Dann haben wir noch den Salat. Ja, das ist ja auch für die Nachspeise. Mhm. Dann haben wir hier den Salat. Und hier diese Mascarpone kommt zu dem Schinken braten, da der in Mascarpone-Soße ist. Also, ein Drei-Gänge-Menü wollen wir zaubern. Ja, fassen wir mal zusammen, Elisabeth. Zur Vorspeise machen wir gleich. Was genau? Wir machen eine Rote-Bete-Suppe. Aha. Dann zur Hauptspeise. Dann einen Schinken braten Meierhof in Mascarpone-Soße. So wie es ihn nur beim Meierhof gibt. Ja, mit westfälischem Pfannekuchen. Ja. Dazu einen grünen Salat in ganz normaler Zitrone-Zucker-Sahne-Soße. Oh. Und als Nachspeise, wie gesagt, die westfälische Quarkspeise mit Pumpernickel. Ein lecker Gericht werden wir heute zubereiten. Drei Gänge. Ist ein bisschen Arbeit, deswegen werden wir beginnen. Los geht's. Elisabeth. Kannst du dir halb umbinden? Einmal umschlagen. Ja, der historische Meierhof. Bekannt für auch historische Feste. Gerade im Frühjahr gibt es bei euch vieles. Ja, wir machen immer am Ende April, immer das letzte Wochenende im April, haben wir unser Frühlingsfest. Da werden immer unter einem anderen Motto irgendwelche Feste gefeiert. Historische Spielchen gemacht. Ja. Nicht nur historische Spielchen, auch alte Handwerker werden manchmal vorgestellt. Ja, wir zeigen Ihnen das mal, wie es da aussieht. Oder. Auf dem historischen Meierhof. Das ist aber auch sehr schön. Die Häuser alle tiptop, das ist ja toll. Habt ihr richtig Arbeit reingesteckt, ne? Ja, eigentlich ist es immer so gewesen. Mein Vater hat immer schon alles gut gepflegt und immer darauf geachtet, dass es ordentlich ist. Dann gucken wir uns das auch mal von innen an, bevor wir dann richtig loslegen mit der Arbeiterei. Das ist der historische Meierhof von innen. Also es ist wirklich, erst gab es ein Café. Das ist jetzt welcher Einblick? Das ist eigentlich unser Privatraum, unsere Diele. Da sind wir angefangen vor sechs Jahren, oder vor fünf, ja, sechs Jahren. Und haben da so die ersten Gäste dann da über, also bewirtet. Und mittlerweile habt dann... Und mittlerweile haben wir hinten unsere Dele fertig gemacht, wo früher die Pferde und die Kühe standen. Man kann bei euch übernachten, ihr habt historisches Hotel dabei. Seit zwei Jahren haben wir also ein Hotel dabei mit acht Zimmern, fünf Doppel, drei Einzelzimmern. Jetzt müssen wir aber anfangen, glaube ich, zu arbeiten auch noch, ne? So, erst der Schinkenbraten. Der Schinkenbraten. Dann darf ich dir den mal rübergeben. Ja. Ich darf schon mal die... Rote Beete schälen und die Kartoffeln schälen. Gut. Da habe ich ja schon mal einen Traumjob. Ja, ja. Das mache ich doch gerne. So. Ja, und der Schinkenbraten. Warte mal diese Pfanne, diese, ne? Brauchst du die oder eine andere? Ja, diese ist ganz klar, glaube ich, gut. Die können wir auch gleich in den Ofen stellen, da können wir nämlich den Griff abnehmen. Soll ich die mal hertheist machen, oder? Ne, wir nehmen den Schinkenbraten in den Ofen rein. So. Der ist jetzt schon gewürzt? Der ist also fixfertig gewürzt. Jetzt mache ich ihn da doch einfach. Mit was ist der gewürzt? Der ist gespritzt wie ein Kasselerbraten. Ja. Gespritzt heißt was? Also mit Salz und Gewürzen. Den kann man also beim Metzger sich fertig machen lassen. Und dann kriegt man den so, wie er hier ist. Ja. Und wir geben noch ein paar Zwiebeln hinzu. Und das wird eingespritzt, das Gewürz, oder? Ja. Also kommt innen rein? Das wird richtig mit so einer Spritze. So, müssen wir schon mal Wasser aufsetzen? Können wir gleich machen dann, ne? Ja. Gibt es eigentlich einen Trick für die Rote Beete, dass die nicht abfärbt? Nö, ne? Nö, wüsste ich nicht. Die Farbe muss ich gleich dann... Die kann man abwaschen. Kann man abwaschen? Ja, denke ich mal. Probieren wir. Jetzt meiß ich die Schale schon hier rein. So. Und ist das auch westfälische Rote Beete? Ja, das war... Baut ihr den auch selber an? Ich meine, ihr habt die richtige Landwirtschaft. Ja, das haben wir zwar, aber wir bauen das nicht an. Das machen Nachbarn. Die bauen auch die Kartoffeln an. Die haben auch so einen kleinen Hofladen dabei. Und alle Zutaten, was Gemüse ist und sowas, hole ich dann von denen. Denn man soll das ja schön verteilen, das Ganze, die Arbeit. Genau. Kann nicht alles machen. Aber ihr seid schon so ein bisschen Familienbetrieb auch. Wir sind ein Familienbetrieb. Ich habe sehr nette Mitarbeiter, die jederzeit parat stehen. Die muss man auch erst mal suchen. Denn wenn ich anrufe, dann kommen sie. Ist egal, zu welcher Tages- und Nachtzeit. Also das ist wirklich top. Und bei euch steht jetzt in naher Zukunft die 850-Jahr-Feier an? Ne, die haben wir schon. Die habt ihr schon? Das ganze Jahr. Das ganze Jahr. So, jetzt habe ich hier die Zwiebeln dazu getan. Jetzt kommt noch etwas Lorbeerblatt. Das ist dann der feine Geschmack. Genau. Dann ein paar Bacholderbeeren. Und wie lange muss dann so ein Braten in den Backofen? Ja, das dauert ungefähr so anderthalb Stunden, je nachdem. Nach Dicke, nach Größe. So, jetzt kommt da nur noch ein bisschen Wasser dazu. Ja. Heißes kannst du unten aus dem Wasserkochen nehmen. Und dann schieben wir das Ganze in den Backofen. Ja, komm, dann komme ich mal mit. Dieses kann man abmachen. Ja, zeige ich dir. Du stell mal rein. So, dann mache ich den Griff nach oben ab. Und so bleibt das jetzt da drin? Ja. Gut, lassen wir es drin stehen. Guck mal, habe ich schon genug rote Beete hier? Ne, die müssen wir alle schälen. Gut. So, ich schäle dann noch eben die Kartoffeln. Mhm. Hörst du mal, mit einem normalen Messer wahrscheinlich dann schneller hier, ne? Das könnte sein. Gerade bei der großen. Aber ich helfe dir sonst gleich dabei. Ah ja, kommen wir schon hin. Die wird jetzt zu einer roten Beete-Suppe verarbeitet. Jetzt schneiden wir das gleich in Würfel. Rote Beete und die Kartoffeln auch? Ja. Und dann kommt da Brühe dazu. Dann lassen wir das Ganze kücheln. Sind das denn Rezepte, die du vielleicht noch von deinen Eltern auch hast teilweise? Wir haben die alle so ein bisschen verfeinert. Und ja, man probiert ja auch immer wieder was Neues aus. Ja, was Neues war ja dann auch wahrscheinlich, das Ganze als Gastwirtschaft zu machen. Eigentlich hatte mein Vater schon diese Idee. Der sagte in den 60er Jahren schon, wir müssten ja hier einen Kaffee machen. Da hatte er schon diese Vision. Ja, und ich habe das Ganze dann jetzt halt in die Wirklichkeit umgesetzt. Meine Familie war zwar erst nicht ganz begeistert, aber mittlerweile haben sie sich dran gewöhnt. Lebt ihr denn noch auf dem Hof? Ja. Und da ist natürlich jetzt mit der Ruhe vorbei. Jetzt kommen immer die Gäste. Ja, aber wir wohnen ziemlich einsam. Das heißt ja, einsam, aber doch so im Grünen. Und wenn man dann nur auf diesem Hof wäre, man guckt immer nur in das Grüne, dann kriegt man ja einen Krabbel. Ja. Und das muss ja nicht sein. Ich kenne ja von früher noch, da gab es ja dann den Fleischer, da gab es dann den Bäcker. Gab es denn auch eine Bezeichnung, der Meier, stand das auch früher für eine besondere Bezeichnung? Wir sind ein alter Sattelmeierhof. Das heißt, diese Sattelmeier mussten Pferde parat stellen für die Fürsten und Bischöfe, wenn die über Land fuhren. Und das war der Beruf des Sattelmeiers? Ja. Die hatten also Privilegien, die konnten auch die Steuern eintreiben für die Hohen Herren. Und du bist ja eine geborene Meier. Nein, eine geborene Johann Liemke. Ah ja. Und dieser Name geht eigentlich bis 1153 zurück. Das kommt ursprünglich wahrscheinlich von Lehmbach. Und wir wohnen am Rand der Wapel. Ja. Die hieß wahrscheinlich früher, ja, Lehmbach oder ich weiß es nicht. Aufsehen kommt von dieser Berufsbezeichnung der Name Meier. Es ist keine Berufsbezeichnung. Das ist ein, wie soll ich das sagen, ein privilegiertes, wie früher Schulze, Meier, Fuchtein und sowas. So. Dann kann ich auch schon die rote Beete mit klein schneiden. Ja, so in Würfel. Sehr schön. Ja, und bist du denn dann, musstest du dir denn dann viel selber anlernen? Du warst ja bis dato dann keine Köchin oder wie war das? Ja, ursprünglich habe ich mal, war ich auf dem Büro gewesen, war Sekretärin und dann, ja, geheiratet, Kinder gekriegt. Und dann habe ich so gedacht, um da mal rauszukommen und nicht nur da auf dem Hof zu versauern, machst du mal die Wirtschaftlerinnen-Schule. Aha. Ja, und das war eigentlich, war das ganz gut, so im Nachhinein. Dann konntest du auch in den Laden schmeißen. Ja, wir hatten eigentlich, meine Mutter war landwirtschaftliche Lehrerin, wir hatten immer sehr viel Besuch gehabt. Und... Ich gebe dir auch ein Handtuch. Bitte schön. Danke. So, dann setzen wir mal die Brühe auf. Nehmen wir einen großen Topf. Den, ja, den größten. So, können wir jetzt Brühe reintun oder? Ja. Erstmal Wasser? Ne, Moment, wir müssen ja noch Zwiebeln anschwitzen. Ah, guck an. Bisschen Fett rein. Ja. Fett heißt normales Öl? Ja. Aber nicht so ganz viel. Kein Olivenöl, ne? Ganz normales Öl. Gut. Kannst auch Olivenöl nehmen, aber... Ja. Ich nehme jetzt mal Zola, das ist so gut. So, ganz klein bisschen. So unten drin. So, unser Braten ist schon verschwunden im Backofen. Eine Zwiebel brauche ich, glaube ich, noch. Ja. Bitte schön. Dann bleibe ich das schon mal weg. Ihr braut ja sogar euer eigenes Bier, ne? Na, ich bin Gesellschafter dieser Meierhof-Brauerei in Ottbergen. Das ist eine reine Wirte-Brauerei. Ja. Und mittlerweile, als ich anfing, waren wir sechs Gesellschafter. Mhm. Mittlerweile sind wir, glaube ich, über 40. Und wir brauchen unser eigenes Bier. Wir haben Meierhof-Bier hell und dunkel. Und deswegen werden wir auch gleich eins davon zum Schluss zum Essen trinken. Dann haben wir jetzt mittlerweile Bio-Weizen-Bier. Mhm. Das ist ein naturbelassenes Bier alles. Und es schmeckt sehr gut. Es wird bei uns sehr gerne getrunken. Wir haben auch bei uns kein anderes Bier. Mhm. Außer... Was kann ich schon mal machen? Äh, dann den Quark. Dann nehmen wir jetzt ganz normalen Speisequark. Ja, 500 Gramm. Ja. Ich habe da noch so freilaufende Hühner. Nun haben wir irgendwo einen Kochlöffel. Kochlöffel vorne. Guck mal. Ach das. Habt ihr noch so Hühner und... Nein, also... So was habt ihr nicht mehr am Hof. Wir haben nur noch hier unsere schottischen Highlands. Ab und zu werden wir dann... Schottische Highlands? Ja. Was ist das? Das sind Wildrinder. Die bedürften eigentlich wenig Pflege. Mhm. Und sie laufen Sommer wie Winter draußen rum. Ist fast wie wild. Mhm. Und die kommen dann noch... Und ab und zu dann... Schließ'n Schlacht fest. Ja. Dann werden die dann geschlachtet. Was wir auch selber haben, ist wild aus der eigenen Yacht. Mhm. Was kommt hier noch dazu? Äh, da kommt jetzt Zucker. Mhm. Du dünnst es jetzt gerade oder... Ich dünste jetzt hier die Zwiebeln an. Mhm. Gib mal zwei Löffel. Ja. Ja. Dann etwas Milch. Ja, machen wir drei. Mhm. Ist ja eine Nachspeise, ne? Ganz genau. Ja. Dann Milch und dann... Glattrühren. Glattrühren. Und ein Schuss Sahne. Das ist immer ganz schön. Dann wird er nicht so... Dann wird er auch schön... Dann wird er so schön... Dann hat er eine schöne Konsistenz. So, das lassen wir jetzt wie lange anschwitzen? Dass es nur mal eben so durchgeschwitzt ist. Also können wir an dieser Stelle kurz eine Verbraucherinformation machen. Sind dann aber gleich wieder für Sie da. Und dann geht's weiter mit dem historischen Meierhof und mit dem passenden Gericht dazu. Bis gleich. Elisabeth Jorn-Liemke vom historischen Meierhof aus Verl. Wie heißt der Stadtteil nochmal? Ortsteil Kaunitz. Ortsteil Kaunitz. Heute bei uns zu Gast. Wir wollen heute leckere Sachen für Sie kochen. Ja, wir haben einen Schinkenbraten im Ofen. Den haben wir jetzt gerade ausgetauscht, weil der sonst anderthalb Stunden ziehen müsste. Wir haben jetzt einen Halbgarten schon mal reingetan oder einen Halbrohen. Der gart jetzt gerade vor sich hin. Was machen wir denn überhaupt sonst noch? Dann haben wir unsere Rote-Bete-Suppe. Da haben wir also Rote-Bete, Zwiebeln und Kartoffeln angedünstet. Bisschen Sternen, die ist gerade noch reingekommen. Mit Brühe. Das haben wir dazugegeben. Sternen, den sollte man allerdings nicht zu lange kochen, denn sonst ist das zu intensiv. Den nehme ich jetzt auch raus. Mal suchen, wo wir den haben. Also, der schwimmt oben. Eine kleine Prise Piment haben wir noch reingetan. Piment ist... Und dann nachher wird der noch mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Piment ist ein Gewürz. Ja. Gut. So, dann haben wir den Pumpernickel, unser Schwarzbrot. Übrigens eins mit einer Goldmedaille ausgezeichnet. Es gibt ja viel Pumpernickel im Westfalenland. Von der Bäckerei Vorbeck. Das ist eine Nachbar, also ist bei uns auch im Ort. Also regionale Bäckerei. Ja. Und dann haben wir klein gehackt. Ja, dann können wir weitermachen. Genau. Unser Quark steht im Kühlschrank. Ja. Unser Bier steht kalt. Können wir weitermachen. Dann müssten wir jetzt doch den Salat eben... Kann ich ja schon mal waschen. Waschen und... Also einen Strunk rausschneiden. Ja, den Salat, also richtig, wie man Salat fertig macht. Und ich mache in der Zwischenzeit dann die Soße dafür. Ja. Eine historische Soße. Was für eine Soße machst du dazu? Da machen wir eine Zitronenzuckersahnesauce. Zitronenzuckersahnesauce. Das ist ein altes Rezept von unserer Mutter. Wo haben wir eine Zitronenpresse? Gebe ich dir. Bitteschön. Danke. Einfach so oben drüber dann... Ja, dann drehen. Genau. So, hier festhalten. So, geht das super. Wann ist denn so bei euch? Dann nehmen wir dann für so einen Kopf Salat eine Zitrone. Wann kommen denn zu euch die meisten Gäste? So am Sonntag tagsüber oder? Also tagsüber, weil wir, die meisten meinen ja, wir hätten noch nur einen Kaffee, aber mittlerweile ist das ja schon so ein bisschen mehr... Restauration geworden. ...Restauration geworden. Und... Früh hatten wir auch im Winter noch zu. Ich stelle das ja mal hier. Aber mittlerweile, dank des Erfolges... Ja, mittlerweile haben wir auch dann in der Woche und auch im Winter geöffnet. So, haben wir noch einen Löffel. Ja, gebe ich dir. Aber hier. Und etwas Zucker brauchte ich. Jetzt machst du das Dressing. Jetzt mache ich das Dressing. Dann nehme ich eine Zitrone. Vier Esslöffel Zucker. Das ist praktisch. Machen wir direkt in ein Glasgefäß. Genau. So, und dann etwas Milch dazu. Dann löst sich der Zucker besser. Das ist ein Tipp von meiner Mutter irgendwie. Sonst, wenn ich jetzt nur Sahne dazugeben würde, dann wird das irgendwie so flockig. Und mit dieser Milch löst sich das besser. Das wird ein tolles, frisches Dressing. Ja. Sehr gut. Den Salat lassen wir hier noch ein bisschen abtropfen. So. Jetzt müssen wir mal gucken, wie weit hier unsere Rote Beete sind. Die wird dann auch püriert. Ja. Und gewürzt haben wir jetzt gar nicht, dass es nur durchgegeben wird. Ich habe jetzt etwas Pimenta rein gegeben und dann etwas Brühe. Und deswegen brauchen wir kein Salz oder Pfeffer. Doch, das müssen wir nachher noch abschmecken mit Salz und Pfeffer. Machen wir dann zum Schluss. Genau. Dann haben wir jetzt noch diese Quarkspeise. Da müssten wir die Kirschen abtropfen lassen. Ja, mache ich das auch schon mal. Kannst du mir die schon mal. So. Brauchen wir den Sud? Den brauchen wir nicht, aber... Der wäre zu schade zum Wegschütten, ne? Ich habe gehört, da kriegt man frisches Blut von. Davon kriegt man frisches Blut? Ja, also wäre gut fürs Blut, Kirschaft. Sollte man also trinken. Dann trinke ich das heute. Natürlich auch trinke ich ein Meierhof-Bier, klar. Also wenn wir das schon mal da haben. Das lassen wir abtropfen. Genau. Und jetzt wird das in die... Jetzt kommt dann gleich der Quark. Da kommt dann der Pumpernickel rein und die Schokoladenraspeln. Kann ich das schon mal holen? Man sollte diese Pumpernickel... Sag mal, einen Fangkuchen müssen wir noch machen. Den machen wir zuerst. Ja, das können wir auch noch machen. Den machen wir zuerst. Fasskuchen gleich, genau. So, dann nehmen wir mal hier unten so einen Bottich raus. So. Kannst du schon mal den Teig vielleicht vorbereiten? Ja, da brauchte ich Mehl. Mehl. Und unsere Mascarpone-Sauce machen wir gleich auch noch, ne? Die, nee, da brauchen wir dann, wenn wir den Braten rausnehmen. Mhm. Also hier habe ich Quark, 500 Gramm glattgerührt, mit drei Esslöffel Zucker. Kannst du mir mal sagen, wie das hier funktioniert? Ah, warte mal, das müssen wir erst mal justieren auf null. Jetzt kannst du es einfach oben drauf schütten. So, 250 Gramm. Ja. Ja. Noch mehr. Jetzt sind es 200. Stopp. Und 250. So. Zehn Minuten nach Zeit. Jetzt kriegen wir hin, ne? Mhm. Drei Eier. Die kompletten Pumpernickel, die wir geraspelt haben, gebe ich rein. Und die Schokoflocken? Ja. Ein paar Schokoflocken lässt du bitte über. Mhm. Das brauchen wir zur Deko nachher noch. Ja. Hier haben wir also Eier von unserem Nachbarn. Auch wieder aus der Nachbarn. Das ist also, sind Bio-Eier. Alles frisch für euch. Und hier kommen jetzt die Kirschen direkt rein? Nein, das geben wir gleich in ein Glas. Und dann kommt lagenweise dann die Kirschen da. Mhm. Also erst die Quarkspeise und dann die Kirschen drauf. Mhm. So ein Glas brauchen wir noch. Das kann der Torsten an unser Aufnahmeleiter mal holen. So ein Dessertglas. Haben wir irgendwie was zum Abmessen? Ja. So. So, 250 Milliliter Milch. 250 Milliliter Milch gebe ich dir. 250 Gramm Mehl, 250 Milliliter Milch, drei Eier und dann nochmal 250 Milliliter Wasser. So. Wie viel Milliliter Wasser? 250 auch. Gebe ich auch dazu. Und dann wird das Ganze verrührt und ist dann unser Teig? Ja, das ist unser Teig. So. Schichten wir das gleich. Räume ich hier schon mal ein bisschen zusammen. Sag mal, als ich über euch gelesen habe, habe ich gelesen, bei euch treffen sich ja auch immer die langen Kerls. Die waren also schon zweimal bei uns. Wer sind denn die langen Kerls? Das ist die Garde des alten Fritz. Ja. Und das ist eine historische Gruppe aus Potsdam. Die hatte ich also durch Zufall mal entdeckt. Sind das denn auch so lange Kerle? Ja, also mindestens zwei Meter. Wenn ich zwei Meter groß ist, wird kein langer Kerl. Nein. Wenn die bei uns sind, dann denkst du die ganze... Und der alte Fritz, unser alter... Ganz genau. Fritz der... Preußenkönig. Der Preußenkönig. Der große Fritz. Nee, der alte Fritz. Der alte Fritz. Der alte Fritz. Also beim ersten Mal hatte ich sie in der Zeitung gesehen. Und dann denk ich mal, dass ich historische Persönlichkeiten in diesem Jahr als Attraktion hatte zu unserem Frühlingsfest. Ich denke, die passen da auch noch hin. Dann hab ich über viele Umwege... Wie geht das hier raus? Warte mal. Ich kann einfach drücken. Jetzt brauchen wir einen kleinen Pfannenkuchen, kleine Pfanne, oder? Eine kleine Pfanne. Die geht, ne? Ja. Aber den machen wir, wenn die Suppe fertig ist. Gut. Denn das... Ja, dann können wir langsam schon mal... Ich hoffe, dass jetzt die Suppe gar ist. Ja. Die Mascarpone machen wir zum Schluss. Ja. Dann können wir gleich schon mal das Dessert anrichten. Da haben wir dann unsere Dessertschale gleich. Ja, das müsste auch gar sein. Dann hol ich da schon mal einen Löffel. Kann man denn bei euch auch in Hochzeiten feiern und sowas? Ja. Das ist ja bestimmt auch sehr beliebt dafür, ne? Hochzeiten. Heute Abend haben wir jetzt. Geburtstagsfeiern. Ach, ich komm mal in die Schale. Komm gerade. Unser Aufnahmeleiter bringt es zu mir. Oh. Dann kann ich das schon mal schichten jetzt. Ja. Erst den. Haben wir noch irgendwie einen Löffel zum Probieren, Mariam? Ja. Guck mal hier. Ach, etwas Rum kommt da noch an. Bitteschön. Oh, dann holen wir erst mal den Rum. Rum? Hier. Haben wir Rum da? Ah, da ist der Rum. Mh, ein Schuss. Warte mal, ich mach lieber einen Daumen drauf. So? Ja, noch ein bisschen. So. Fünf Minuten noch Zeit. Dann probier ich auch mal. Mh, das lasse ich mir aber gefallen. Ja, ne? Das schmeckt. Fange ich denn mit dem an, oder? Ja. Dann können wir schon mal, können wir langsam schon Pfannkuchen auch fertig machen. Und dann müssen wir auch den Schinkenbraten rausholen. Warte mal, hier müssen wir es eben abstellen. Ach so. Das wird jetzt einfach so schichtweise gemacht. Das ist typisch Westfalen, ne? Ja. Wird die Suppe poriert. Ist das hier? Ja, der ist richtig. Damit können wir porieren. Warte mal einfach genau oben drauf drücken, richtig. So, dann müssen wir den Pfannkuchen braten. Ja, aber erst den Schinken braten wir fertig, weil das, wenn das aufgesticken wird, der Pfannkuchen sollte schon ganz schön frisch sein. Wo ist mein Riff? Oh, da kommt was, oder? Guck mal hier, der sieht toll aus, ne? Ja. Komm, das mach ich dir ab vorne, so, können wir das nämlich nach unten legen und das hier rein. So, jetzt müssten wir die Rote-Beete-Suppe einmal abschmecken. Ja. Die hat eine tolle Farbe. Die Kartoffeln haben wir jetzt reingegeben zur Bindung, ne? Ja. Ein bisschen Salz, Pfeffer noch dazu. War einen tollen Geschmack schon. Mh, lecker. Das ist aber eine tolle Rote-Beete gewesen. Ja, ne? So. Können wir Pfannkuchen machen? Ganz klein wenig Brühe. Mh. Und fertig. So, Pfannkuchen, den braten wir in Öl. Genau. Sehr schön. So, und dann kommen wir langsam. Können wir auch ruhig das Essen schon auf den Teller geben. So, der Braten ist draußen. Den kannst du schon mal klein schneiden. Ja. Das heißt, einfach runterschneiden, oder? Ja, schneiden. So in Scheiben, ne? In Scheiben. Oder kannst du auf die Hälfte einmal, vielleicht, dann gibt's besser. Ich guck mal. So, und hier brauche ich noch ein wenig. Ich, haben wir ein Passier. Das große Brotmesser. So ein. Ach, hier ist es, da hab ich's. Ein Passiersieb. Ein Passiersieb, die Flotte Lotte. Ja. Die Flotte Lotte, das fleißige Lieschen. Haben wir beides da? Nur die Flotte Lotte. Dann brauchte ich noch. Einen Topf? Irgendwie so einen Topf, wo ich das draufstellen kann. Ja. So, nehmen wir an. Die Schüssel da unten. Oder guck mal, den Topf hier. Guck mal auf. Den untersten hier. Ja. Der ist schön. Ach. Und andersrum. Erste Flotte Lotte. Erste Flotte Lotte, genau. Gibt's auch schon seit 50 Jahren. Die ist auch immer wieder gut. Ja. So, hier darf ich jetzt so eine fingerdicke Scheibe schneiden, oder? Ja, wie ihr. Wie unsere Probierkandidaten gleich. Wie die das mögen. Die sollen ja auch satt werden, ne? Genau. Oh wei. Oder schneid's doch einmal durch. Ich schneid's einmal durch, lieber so. Einmal quer durch, ne? Ganz genau. Ja, ich hatte auch mit dem Brotmesser, ging das nicht so gut jetzt. Dann können wir das schon auf den großen Teller geben, ne? So, und hier hab ich jetzt die Soße. Da kommt auch noch etwas Brühe dazu. So, jetzt haben wir noch ein gutes Minütchen Zeit. Müssen wir ein bisschen uns beeilen. Und dann wird das Ganze mit Mascarpone aufgefüllt. Mhm. So. Ne, mach den nicht mal hin. Jetzt müssen wir noch den Pfannkuchen schnell machen, sonst kriegen wir den nicht mehr hin. Und dann wird das... Pfannkuchen im Westfalenland, da gibt es ja auch den Pickard, ne? Ist das hier dieses? Welches brauchst du das hier? Den? Ja. Das ist ja der Pickard. Ja, der Dinn ist bei uns, das ist auch eine Spezialität. Also ein ganz dünner. Ja. Der Pickard ist ein bisschen anders, ne? Etwas rein noch. Pickard ist mit... Mit Kartoffeln. Mit Mehl, Kartoffeln. So, dann jetzt schnell das Essen am Teller. Der wird bei uns also sehr gerne gegessen, der Pickard. Ich tapfe mal Bier, ne? Ja, bitte. Ich hab grad rüber geguckt zu unserem schmachtenden Aufnahmeleiter. Der stand nämlich da und der lief schon so ein bisschen Spucke aus dem Mund, weil der auch so einen Durst hat. Oh, die Musik beginnt. Haben wir so was ähnliches wie so einen Pfannenheber? Ja. Ähm, da vorne, Palette. Alles da. Unser Probierkandidat sagt, er fährt Auto, trinkt nur Wasser. Das respektiere ich natürlich sehr gerne. So, dann können wir das Essen anrichten. Müssten wir nämlich jetzt auch. Ja. Sonst werden wir nicht fertig. Ja. Ist das hier richtig? Das ist volle Pulle. Volle Pulle. Das ist volle Pulle, genau. Ja, gut, dann. So. Dann können wir jetzt schon mal diese rote Beete-Suppe anrichten. Ja, das mach ich schon mal. Dann kommt da drauf noch etwas Creme-Frisch. Mhm. Mit einer Orange. Wo ist Creme-Frisch? Da. Orange müsste der Schuppe anrichten. Ja. Achso, da wollte ich jetzt Creme-Frisch noch drauf geben. Wir müssten uns nur ein bisschen beeilen jetzt, weil die Sendung sonst vorbei ist und wir nicht mehr sehen, wie es fertig aussieht. Uh, jetzt habe ich hier den. Ähm, da haben wir jetzt die Soße gerade drin. Pass auf. Wollen wir was anderes? Kein Problem. Nee, 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 das geht. So. So, da müssen wir drüber träufeln. Aber schneiden wir einmal durch. Lesser nehmen wir da vorne aus dem Messerblock. So, einmal durchschneiden. Und jetzt einfach in die rein träufeln. In dem Moment in diese Creme-Frisch. Ja. Machen wir die mal eben auf. Träufeln wir mal eben hier rein. Ja. Genau. So, der Pfannkuchen noch schnell. So, da müssen wir schnell die Hauptspeise anrichten. Upsala. Ups, jetzt fällt er auseinander. Also mal, wenn es schnell gehen soll. Kann ich dir das Fleisch schon auf den Teller geben? Die rote Beete-Suppe haben wir fertig. Ja. Wir müssen ein bisschen Gas geben jetzt. Ja. Das Fleisch einfach auf den Teller geben? Ja. Oder kommt der? Der Pfannkuchen kommt dazu. Kommt der drunter oder? Nee, daneben. So. 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 Und fertig sind wir. Den Salat geben wir noch schnell da dran. Ja. Und wir haben ein Drei-Gänge-Menü fertig. Ich gebe noch ein bisschen Salat so dabei, oder? Ich habe schon. Hab schon. So, gut. So. Haben wir jetzt die Mascarpone-Sauce da noch dran. Genau. Die machen wir jetzt schnell da drüber. Dann nehmen wir auch noch schnell. Nee. Kein Suppenlöffel mehr da. Nee, das geht auch so. Ah. Toll. So, ein Drei-Gänge-Menü ist fertig. Sie haben gesehen, es war ein bisschen Arbeit. Wir haben uns natürlich auch zwischendrin mal ein bisschen verquatscht. Aber das ist ja auch das Schöne, dass man eben ein bisschen spricht. Ja, jetzt erklär doch mal, was haben wir gemacht. Ein Drei-Gänge-Menü. Also diese rote Beete-Suppe mit anschließendem Creme-Froche. Mit Orangensaft verrührt. Dann haben wir einen Pfannekuchen mit Schinkenbraten und Mascarpone-Sauce. Und anschließend diese westfälische Quarkspeise mit Pumperneckel. Toll. So genießt man auf dem historischen Meierhof. Wir wollen uns aber auch mal anschauen, was wir denn für Zutaten alles dabei hatten. Das brachtest du alles frisch mit. Da sehen wir jetzt noch die Nachspeise. Den Salat haben wir noch nicht. Den Salat haben wir noch nicht. Machen wir das schnell auf dem Beilagen-Teller fertig. Guck mal hier. Nehmen wir jetzt schnell den. Und Rolf Hensen darf das Ganze jetzt probieren. Rolf Hensen ist Krankenpfleger aus Duisburg. Grüß dich, Rolf. Schön, dass du da bist. Ja, heute bei uns darfst du probieren. Wir machen den noch schnellen Salat fertig. Wollen wir erst mal anstoßen vielleicht? Ja, gerne. Wir nehmen ein bisschen Wasser, weil der Autofahrer bist. Genau. Warten wir noch eben schnell auf Elisabeth und den Salat. Und da hast du jetzt unsere Vinaigrette gemacht aus Sahne. So, da fehlt jetzt leider ein Teller richtig. Da haben wir nur so einen kleinen genommen. Das war kein Problem. So. Unglaublich. Ja, Elisabeth, lass uns anstoßen. Wir dürfen ein Bierchen. Ja. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. Zum Wohl. So, historisches Bier. Ein tolles Essen. Rote Beete. Fangen wir damit mal an, ne? Ja. Einfach mal probieren. Ein Zubbchen von Rote Beete. Da haben wir Kartoffeln drin. Eine schöne Bindung hat das gegeben. Und gerade noch mit der Orange dabei. Das war so der besondere Pfiff. Hab ich noch nie sowas gegessen. Toll. Lecker. Ja, sie hört sich lecker an, ne? Ist auch lecker. Also müssen Sie wirklich mal probieren. Dann haben wir hier einen Schinkenbraten mit Mascarpone-Soße an Pfannkuchen. Oh Mann. Ist ordentlich was Deftiges, damit die Leute auch richtig satt werden, ne? Das ist ordentlich was Deftiges. Das ist ordentlich was Deftiges. Das ist ordentlich was Deftiges Fleisch. Hab dem Jungen auch mal ordentlich zwei Scheiben auf dem Teller gelägt. Der Pfannkuchen ist mir nur ein bisschen, da war was lang drin, aber das ist nicht so schlimm. Gut. Sehr ungewöhnlich für mich. Ja. Fleisch mit Pfannkuchen hatte ich noch nicht. Ne, ist mit der Mascarpone, das ist so. Und, kann man es essen? Kann man essen? Hervorragend. Gut, also wirklich. Von Duisburg zu Meierhof ist nicht so weit. Da mit dem kleinen Löffel jetzt eine westfälische Spezialität. Und zwar ein Quark mit Pumpernickel und Sauerkirschen. Und ein bisschen Rum. Ja, und ein paar Schokoladenraspeln. Genau. Auch hervorragend. Auch gut. Ganz toll. Na gut tun. Also. Sehr lecker. Toll, nicht tun. Lecker war's. Lecker haben wir gekocht. Der historische Meierhof. Besuch wert. Ja. Elisabeth, vielen lieben Dank. Rolf, auch dir vielen lieben Dank. Jetzt darfst du natürlich in Ruhe noch aufessen. Wir trinken noch, stoßen schnell an mit einem historischen Bier. Ja. Nächstes Mal kommst du ohne Auto. Also, machen Sie es gut. Viel Spaß beim Nachkochen. Denken Sie dran. Bisschen Zeit nehmen, dann gelingt es auch. Tschüss. Bisschen Zeit nehmen, dann gelingt es auch. 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 Vielen Dank.